Zurück bei Mario Rabbids Kingdom Battle. Haben wir nur die zweite Prüfung vor uns hier. In der Lava-Welt. Upsi, ich bin ein bisschen gerade gegen das Mikrofon gegen gekommen. Ich hoffe, das ist nicht ganz so schlimm. Ihr werdet mir das verzeihen. Und ja. Eskortiere Spawny. Wat? Moment, was? Ich muss von da oben runterschießen jeweils. Das heißt, er macht sogar Sinn. Ne, er macht keinen Sinn. Sinn macht hier. Luigi? Und eigentlich Peach, verdammt. Gut, er kann das zweimal ne, er kann das sogar dreimal, glaube ich. Dreimal konnte er das. Er hat hier eine gute Sekundärwaffe. Müssen wir ihn nehmen. Mal kurz zur Waffenauswahl und hier entsprechend die Waffenauswahl verteilen. Er kann für 1750 jedenfalls Vampir-Schaden machen. Das ist jetzt, glaube ich, am wichtigsten, oder? Es ist der Flächenschad. Toll. Ja gut, so viel ist es jetzt nicht, was hier fehlt, ne? Feier-Schaden, Stoß-Schaden. Ne, dann doch lieber hier den Vampir-Schaden. Kann ich ihn sogar noch machen? Den muss ich sogar noch skillen. Ähm. Das ist für die Gegner. Das ist hier Barriere. Das aufrüsten, das aufrüsten. Ja, pfff. Ja, machen wir es so. Ich wüsste gerade nicht, wie ich ihn anders skillen sollte. Probieren wir es einfach mit dem Kampf. So. Sollte ich echt mit Luigi tauschen, oder so, ne? Wie soll ich den da abballern? Weil mit Mario komme ich ja gar nicht da vorne an den ran. So Mario, du kommst an den da, kommst du dran, ohne Probleme. Ah, das macht aber... So, erstmal mehr Sinn. Machen wir jetzt erstmal das. Weil das gleiche kann Luigi nämlich auch machen. So, er kann auch von da aus... Ne, er kann nach da vorne gehen. Und könnte versuchen, von da aus den Gegner zu erreichen. Danke. Nein. Okay, da muss ich ja Spawny wegziehen. Das ist wichtig. Okay. So, mit Luigi hau ich den kurz... Ah, verdammt. Den krieg ich so gar nicht umgehauen, ne? Und rüberspringen kann ich auch nicht? Doch, ich könnte sogar rüberspringen. Wäre natürlich dann doch sehr vorteilhaft... ... ... ... ... ... ... ... Macht sogar Sinn. Verdammt, das reicht nicht. Das heißt, dann aktivieren wir das. So. Oh, geil. Geile Sache. Gehen wir mit ihm jetzt erstmal hier vor. So. War dahin. So. Dann... ... ... ... ... ... ... ... ... Wallern da einmal rein. Genau, machen wir so. Oh nein, das war zu früh. Oh shit. Oh nein, das war dumm. Oh, war doch nicht dumm. War sogar richtig schlau. Kümmer ich mich eher um den da, oder... ... 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 Schalten, oder? Da würde er beide erwischen. Äh, ne. Ne, nehm nicht. Wir müssen uns um den kümmern. Der macht sonst vorne hier platt. Jawoll. Tschüssi. Ja, Mario, was willst du denn jetzt noch machen? Kannst du den da angreifen? Und auch noch kritisch. Schön. So, der andere kommt gar nicht bis da hinten hin. Das heißt also... Nein. Ich kann sogar übergeben. Wenn sich von denen jetzt einer bewegt, entsprechend... ...jawoll. Viel Spaß, Mario. Du hast immer noch volle Power. Gut, dann. So. Lenden ist auch noch einer. Ah, bewegt euch ruhig alle nach vorne. Und der nächste bewegt sich auch. Schönes Ding. Ja. Und nochmal. Und kritisch. Und 493. Und weg ist er. Ach, ist das schön. Ha. Ist das nicht wunderschön? Hat er einen weiteren Sprungreich? Weil, der hat er. Ist ja episch. So, den kann ich eh nicht treffen. Aber... Ich kann seinen Woffenschaden extrem verringern. Oh. So, dann kommen wir jetzt mit... Ja, Mario muss dann halt hier nach hinten gehen. Aber auch kein Problem. Ich weiß nicht, ob die Entwickler das so vorgesehen hatten, aber egal. Ach, und ich hatte noch gar nicht super Schaden an. Komm, Spawny. Dann bewegt dich mal ein bisschen weiter, hm. So, schöne Sache. So, Liddy. Die könnte man glatt mal dahinter stellen. Aber warum? Ich stelle dich da hin. Mach da keinen großen Geschiss drum. Denn, äh... Mario kann ihn abknallen. Ne, kann er nicht. Verdammt. So viel zum großen Geschiss machen, ne? Cool, ich habe Luigi seine Deckung vernichtet. Gehen wir mit Spawny mal nach hier links. Gut, der hat 400 HP. Wie sagt der denn noch seinen Buff da drauf? Ja, bringt eh nichts. Ich kann ihn höchstens nur zurückschubsen. Okay, das funktioniert auch nicht. Ja, gut, dann... Mist. Kritisch. Ja, genau, hau ab. Genau, sammelt euch da alle auf einem Punkt. Das finde ich super. Umso besser kann die Rakete treffen. Ach, da oben kommen wieder neue. Mensch Mario, du hast ja richtig viel Spaß dabei. Ah, gut. Die lassen wir mal für später. Ähm... Den rupst du um. Bringst dahin. Du machst ja noch mega cool mal. Ah, verdammt. Wenn ich jetzt wüsste, ob das Ding da... Nein, ich nehme jetzt erstmal Luigi. Du rupst den da um. Bringst auf den. Und, äh... Äh... Bringst mal da hin, komm. Dann sehe ich jedenfalls, ob er mit dem Raketenwerfer schießen kann oder nicht. Nein, kann er nicht. Okay, das ist gut. Das ist gut zu wissen. Jedenfalls habe ich dann den Rest noch. Und das war was? Immunität gegen Super-Effekte. Die haben immer noch diesen Super-Effekt drauf, ne? Dann werden wir dir einfach mal eine über den Latz. So, Mario, du kannst eh schießen. Du musst halt nur... Ich weiß jetzt nicht, ob er hier hin muss oder dahin. Reicht das da? Ich sehe es nicht. Doch, so sehe ich es. So, verpass den meine, komm. Luigi's Schuss brauche ich gerade nicht. Er kann auch gerade nicht schießen. Das ist das Ärgerliche. Aber Spawny lassen wir immer hinter dir. Kommen die da in Spawny ran oder was? Ne, aber in Mario. Okay, das ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Oh. Das ist jetzt uncool. Aber sofern ihr euch da alle nicht beieinander platziert, ist es... Ja. Komm, du rufst mich jetzt auch um. Problem ist, dass die dann alle auf mich schießen. Ich muss mindestens eine Runde warten. Was? Warum schießt du auf Mario? Ernsthaft? Ist doch zum... Trotz ein Super-Effekt, Super-Effekt. Zwei Leute mit einem Super-Effekt. Geil. Gott, er hätte die alle mit einem Schlag fast platt. Egal. 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 Erwischt es den und den nicht. Okay. Okay, egal. So, Luigi hat hier die Möglichkeiten... Ohne hier Bewegung zu geben. Das ist schon mal wichtig. Den könnte ich abschießen. Klingt nix. Nein, 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 nein. Stopp, stopp. Ich will mich... ... ... ... ... ... ... ... Dann lenke ich halt mal den Schuss dahin ab. Bingo. So, dann kann ich den nämlich dahin jagen. Tschüss. Bitte mit Luigi da rauf, brauche ich aber nicht. Ich muss jetzt mit Mario mich bewegen. Kann mit ihm leider nicht schießen. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Das heißt, ich platziere mich da hinten. Aktiviere seine Sicht, falls der andere nämlich gleich auf mich zugerannt kommt. Muss ich machen. Und Spawny kann hier mal schön nach vorne gehen. Und Luigi könnte jetzt noch da oben landen und könnte ihn unterstützen, aber... Ich stelle Luigi da hin. Du musst dich jetzt bewegen. Nein, muss er nicht. Okay. Verdammt. Er hat meine Attacke außer Gefecht gesetzt. Ich muss Spawny jetzt schnell durchkriegen. War sehr schnell durch. Shit. Komm ich mit Luigi da rüber? Ich komme mit Luigi nach da hinten. Oh nein. Ich probiere es einfach mal. Okay, erwischt. Wow. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich den echt noch erwische. Was mache ich da eigentlich? Nächste Runde ist der Drops gelutscht. Zeit, der nächste Runde ist der Drops gelutscht. War eine knappe Sache. Mario musste einstecken, aber damit kann er leben. War eine nette Herausforderung. Und oh Mann, habe ich einen blöden Kater. Manchmal sollte man echt Videos von denen machen. Gut, das war jetzt diese Herausforderung. Jetzt kommt als nächstes wahrscheinlich wieder eine... Ein U-Boot mit einem Bohrer ausstatten? Und damit auch Spaß in einen Vulkan rasen? Das machen die Rabbids weit häufiger, als man denkt. Toll. Wie beruhigend. Wir jagen erstmal einen Vulkan in die Luft. Oder wir kitzeln einen Vulkan in die Luft. Oh, wie das schön viel Gold. Weicht zwar nicht ganz für eine super tolle Waffe, aber egal. Hier war jetzt nichts, ne? Beim letzten Mal, ne. Das war die Prüfung Nummer zwei. Hier kamen wir dann irgendwo raus. Aus der Prüfung Nummer drei. Juhu, viele Münzis. Oh ja, Powerkugeln. Hm, fünf Stück. Schön, schön, schön. Oh, schön, schön. Hm, da gibt es jetzt bestimmt viel zu entdecken. Jawoll. Oh yeah. Ein Soundtrack. Eine... Ein Artwork. Und das war's. Och man. Hätte ruhig ein bisschen mehr sein können. Aber gut, man sollte nicht zu gierig sein. Ich meine, ich habe schon viele Prozent jetzt mittlerweile. Halt. Äh, komm her jetzt hier. Dreh dich, du blöde Kamera. Danke. So, hier haben wir die nächste Herausforderung. Jetzt muss ich mal gucken, was war das hier für eine Map? Eigentlich relativ klein. Das einzig ungünstige war hier oben, ne? Genau, hier oben waren diese blöden Punkte, wo man ganz bescheiden hinkommt. Ähm, Escort-Map würde ich jetzt nicht sagen, aber eine Schadens-Map. Na, komm. Besiege den Miniboss. Hier Züge-Limit. Und wo ist er? Den Miniboss oder die Minibosse? Das finde ich jetzt gar nicht cool. Also ich brauche jetzt etwas, was mit Raketen wirft oder Granaten. Das ist also ein Yoshi mit Raketenwerfer und ein mit Raketenwerfer wäre nicht schlecht. Der hat zwar viel Reichweite, aber ich glaube, das macht so am meisten Sinn. Hoffe ich mal. Raketenwerfer ist schon fast der... Alter, da sind ja noch so viel nach oben. Aber der ist schon nicht schlecht ausgerüstet, würde ich sagen. So. Yoshi kann ich jetzt noch sehr weit hier skillen. Aber ich glaube nicht, was doch hier die Reichweite angeht. Hm. Ha, oder hier die Reichweite. Aber ich glaube, hier erhöht ihr den Wirkungsradius von Chance. Wir probieren es mal. Einem Zug werde ich es jetzt nicht schaffen, aber egal. Ach, sowas auch noch netterweise. Mhm. So, das heißt, wenn ich mich jetzt da hinstelle... ...komme ich da an... ...den ran, aber an die nicht. Das heißt, ich muss da nach oben kommen. Natürlich jetzt... ...ungünstig. Na gut, mit ihm komme ich hier sehr weit nach vorne. Was blöd ist, dass da halt der... ...wind lang geht, ne? Also ich müsste mich da hinstellen. Mach ich auch jetzt mal. Oh doch, ich komme da oben ran. An den komme ich ran, an den komme ich ran, an den komme ich ran. Okay, Mario. Dann brauche ich noch den Yoshi. So. Der Yoshi kann das jetzt alles vergritten. Ja, Mario könnte das jetzt alles... ...ver... ...vielfachen, was den Schaden angeht. So. Der könnte den ja instant treffen, aber um den geht es mir gar nicht. An den kommt er ran. Na dann, Nummer eins ist weg. Nein, ist er nicht. Damit würde ich den machen. Damit ist der weg. Ach, Mann. Wäre natürlich auch wichtig, ne? Wie zieht der denn auf den da hinten an? Jetzt ist der Boss da vorne. Stimmt. Das Ding geht damit nicht kaputt, aber egal. Doch, das Ding geht kaputt. So, jetzt hat Mario noch eine Chance, da was zu regeln. Ich könnte dem eine verpassen, aber auch dem. Verpass dem eine. Schön mit Honig. Okay. Du kannst dich ja auch noch bewegen, ne? Ich nehme da sogar rüber. Ist das geil. Komm da nicht rüber, ne? Ne, da muss ich dann gedulden. Lassen wir jetzt erst mal den Sturm wüten. Und tschüss. Der ist weg. Jetzt wüsstet der da lang. Genau. Versteck du dich da. War klar, du kleine Made, dass du triffst. Jetzt muss ich mit den anderen Leuten da rüber springen, ne? Seht euch nur zusammen. Oh, kritisch. Die haben es echt in sich, die Typen. So. Das heißt, jetzt springen wir erstmal mit Mario da rüber. Komme ich dann einen von denen ran. Wenn ich da stehe. Ja, die komme ich gar nicht ran, ne? Hier komme ich an den ran. Was? Danke. Nein. Okay, einer weniger. Das ist mir wichtiger. Und tschüss. So, Yoshi. Du hast auch die Möglichkeit, da rüber zu kommen. Ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn du dich hier hinstellst, ne? Ah, ne. Mach das nicht. Ich finde doch nicht des Wahnsinns. Ich darf nicht zweimal springen, ne? Ah, verdammt. Das war jetzt doof von mir. Ach was, du kommst da hoch? Ernsthaft? Du kommst da hoch und kannst dich hier hinstellen und kannst dich da wegballern? Geiler Scheiß. Das macht da natürlich auch extrem Sinn. Erstmal reduzieren wir den Schaden bei denen. Komm, dir mache ich mir jetzt keine Sorgen. Komm, und am besten noch kritisch kommen. Jawohl. Schön kritisch getroffen. Mhh. Nein, der Schaden könnte jetzt natürlich da auch richtig jetzt absahnen. Hi. Die Frage ist halt, treffe ich da, ne? Ich muss halt den Typ treffen. Das ist das Problem. Das tue ich da halt nicht, ne? Und hier treffe ich auch nicht. Gut, dann machen wir es doch einfach wirklich. Ich stelle mich da hin. Schließe auf den da. Treffe auch noch niemand mehr. Aktiviere das. Was ich beim Mario auch aktiviert habe. Dann kommt der Tornado. Bäscht den weg. Der bewegt sich. Von Mario ein. Und jetzt kriegt er von Yoshi ein. Und damit hat sich das erledigt. Jetzt muss ich nur noch der andere bewegen. Der da ja ein bisschen ungünstig steht. Genau, jetzt kriegt er wieder von Mario eine. Und mit Glück ist er schon erledigt. Zwei Züge, liebe Leute. Zwei Züge. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Sage bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Trochotrein. Tschüss. Tschüss. Siri bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.